recht herzlich willkommen zur 78 folge von towns gut letztes mal hatten wir einen händler da den bedienen wir wahrscheinlich noch gerade der bringt uns ganz viele lebensmittel irgendwie vorbei da sind sie auch passt happiness ist 29 da liegen tausend sachen alles gut wir waren oben in der oberen etage noch am basteln dass es hier zugeht auch dran da müsste es zu gehen ja und hier sind wir auch schon ganz schön weit okay wie sieht es hier aus oder ist noch schick was kann es uns nach wo es essen okay alles sachen die wir gar nicht haben hier sind noch zwei zahlen okay passiert jetzt gerade gar nichts ich glaube die holen jetzt alles das was er hier braucht dann aber der geht schon wieder weg oder ist schon wieder weg alles gut also reisen da gucken wir mal rein was zu essen gibt keine äpfel keine bieren zehn brote also bedeutet das wir wollten mal wieder gerade die leute in den wald schicken einmal rotkippchen bitte spielen gut die fässer gut okay da laufen sie auch schon los und machen das 3 der vorrat haben wir die rote waren eigentlich genug da ja da wird gepflückt wie wild wir haben wir dann noch jetzt wird es dunkel hier im bald ist kein licht da müssen wir noch mehr fokkeln aufstellen und kerzen sagt jetzt wahrscheinlich das unter 27 von 42 sieht so aus noch lange reingeguckt da ist noch ein paar schuhe ist fällig aber es gibt keine schuhe gut einer ist am essen machen wir noch da ist ein paar zweimal reingekommen do a barrel roll da sind zwei brote drinnen naja das spiel ist in pause es passiert gerade was ein angriff und drei spinnen super ok da sind ein paar murmel noch alles gut drei spinnen sollte es nicht sein ok da sind wir noch genug abzuhernten ok da haben wir noch genug abzuhernten hier ist noch was passiert einer ist runter gefallen jetzt müsste ich irgendwie gucken dass ich den stein kriege ich glaube den stein kriege ich aber irgendwie nicht ich stehe jetzt über dem bett oder wo ist der schwierig nee der ist daneben ne komisch dass er nicht runter gefallen ist da müssen wir jetzt mal gucken wie wir den da wegkriegen schön ist was anderes ne oh das war das falsche zimmer super na jetzt kommt er da schon super jetzt könnte ich ihn kaufen und den bauen wir anders hin der muss da hin jetzt holen wir den da bestimmt weg und da kommt ein neuer super jetzt könnte ich ihn kaputt machen jetzt müsste ich nur gucken ob er vielleicht da hoch gebaut wird ich glaube das hat er schon geschafft genau so ist es gut dann können wir den auch deleten und das zimmer ist zu jetzt haben wir hier noch eins da müssen wir wieder neue Ecken ziehen und den machen wir auch noch gerade hin dann passt es gut soll funktionieren wie sieht es mit den öpfeln jetzt aus alles abgeerntet ja krass gut happiness 29 essen zehn mode 93 äpfel 126 bieren alles im lot gut die sind kräftig am rackern hier pelze gibt es da noch genug und low smoke steak habs auch gut essen tun sie auch 28 äh hier war fertig ne ja mit fenster krass was macht unser wasser immer ein zu tief ok das hat man eingemauert ne mhm table türen und floodgate geht jetzt nicht mehr ja wie sollte man das hier gestalten es läuft da nicht hin unlock dann setzen wir den mal woanders hin weil ich würde ganz gerne auch zusehen das war dass dann da den durchgang noch irgendwie hinkriegen ne geht das und das floodgate nehmen wir dann einer läuft schon hin und setzt den stein um und setzt ihn auch an der besten stelle glaube ich hin super und hier hätte ich gerne das floodgate gehabt dann das zweite hier ich will hoffen sie nehmen auch das und wenn ich das hier mir so angucken dann können wir definitiv dort auch einen anlock machen und der auch und der auch und und das kann weg macht aber nicht oder oder na ist auch egal das flott geht sitzt da das müsste also zu sein das ist auch dahin gekommen das törchen jetzt müssen wir da nochmal ein bisschen land bauen und zwar da jetzt wird die shift hast du nicht gedrückt würde ich jetzt mal sagen machen wir so ne und das zu und das auch zu kann das sein dass wir wieder eine pause haben sieht ganz stark danach aus gehe wieder einen angriff der etwas größer ist aber das soll auch egal sein wo sind wir denn zu hause hier läuft äpfel werden weniger aber die sind wahrscheinlich verbault und nicht geerntet gehe ich von aus oder hier ist nichts drinnen und da sollten sie denn drinnen sein ne ok egal gut da oben geht es los ja wo geht es los irgendwo geht es los da sind sie wir haben 21 und lauter spinnen wir unterwegs und die gehen alle in den Keller oder was aber da ist schon mal Gegenbär und ich glaube gar nicht mal so schlecht der Gegenbär und ich glaube das war es schon so gut wie irgendwo anders sind auch noch welche aber das hat sich gleich erledigt die Wände werden gebaut da ist ein Stein über zup 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 da ist Wasser da ging das nicht ja wir haben schon wieder einen Angriff oder was tatsächlich noch drei grüne Schleime cool da kommt ein Stein der läuft da hin der läuft da hin und der kommt da hin oh Gott das geht flott nach die Pony Mauer da müssen wir wieder aufpassen dass wir nicht eingekerkert sind ja ja gut gut keiner baut Steine ab ich würde sagen da haben wir keine mehr ne gut gut eine ganze Reihe für den Keller ja da ist das Wasser jetzt schon woanders hingestossen da kommen sie zum abbauen der Steine nehmen auch schon welche mit das ist ja cool zwei Sachen auf einmal Respekt ok der darf mehr abbauen der hat die Lizenz zum abbauen ne für manche wird jetzt wahrscheinlich knapp ne oh er hat sich nicht eingesperrt das ist doch schon mal was da hin ok das hat wohl dann nicht geklappt deswegen gehen die woanders hin manchmal aber das sah schon so aus dass er sich in der nächste einbaut ok Steine werden abgebaut und geholt ich glaube da kann noch einer hingesetzt werden beziehungsweise zwei und da jetzt zurzeit auch keiner ne na jetzt läuft das Wasser hin gucken ob wir was hinkriegen da kommt einer und der hat sich nicht eingekerkert cool kommt noch ein Stein hey cool hey cool der hat es auch geschafft nicht da drunter zu sein jetzt nehmen die Steintendenzen ab oh 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 geht diese Person dann auch weg? ich glaube eher nicht ne oder der kommt noch nicht raus oder was? hm hmm hmm Da wird wohl nichts mehr. Der letzte Stein. Okay, da wird noch was geholt. Wenn wir den hier vielleicht wegmachen auf der Ecke, dann kann derjenige, der den da hinbaut, nicht unbedingt da rein. Ah, jetzt ist da Wasser. Also haben wir definitiv kein Glück, der Stein kommt auch gerade. Super, ne? Komm schon, geh weg, Wasser. So. Na. Wird's denn weggehen? Die holen die Steine, wir müssen mal Steine abbauen. Irgendwofür wird sie gebraucht. Ja. Können wir auch noch machen. Jetzt ist Wasser weg. Wollen wir hoffen, dass es hier noch klappt gerade. Den Stein da umzubauen. Wunderbar. Ne, das war jetzt verkehrt. Das wollte ich. Und da eine ganze Reihe. Gut. Das läuft erstmal hier unten. Und dann kurz einmal umgeguckt. Hier ist auch alles in Ordnung. 39. Wow. Das bedeutet, wir haben gleich einen Anstieg, wenn wir noch drei Punkte schaffen. Ja. Bauauftrag hier oben. Zurück, 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 zurück. Holzwand aussuchen. Und... Passt. Dreimal Holz, dann ist das Dach zu. Aber eigentlich wollen wir jetzt nichts machen. Wird schon noch werden, ne? Wird schon noch werden, ne? Da holte gerade einer was weg. Okay, das Fleisch wird schon weniger, auf jeden Fall. Ne, ist nur reingelaufen, weil die nichts zu tun hatten, ne? Dann machen die ja Pause, ne? Oder wie war das? Hm. Jetzt haben wir da Pilze. Und Kaktusfrüchte. Ich finde es ist 38. Relativ hoch, ne? Jetzt ist es auf 37 gefallen. Gut. Aber, ich würde sagen, für die Folge soll es erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.